Den Verbänden des Heeres weit voraus stürzten sich die Geschmader unserer Luftwaffe auf den Hafen und die Verteidigungsstellungen von Novorossisk. Dort unten die fast drei Kilometer breite Hafenwucht. Angriff auf einen bolschewistischen Schlachtflieger. Eine Raza! Auch dieser Bolschewist wird erledigt. Abgeschossen! Feuerstöße auf das Hauptquartier einer sovietischen Armee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017